Der russische Präsident Wladimir Putin gab am 4. Juni bekannt, dass die erste von zwei Strängen der Nord Stream 2 Pipeline fertiggestellt ist. Sobald Berlin grünes Licht gibt, kann die Pipeline innerhalb von 10 Tagen mit dem Pumpen von Gas beginnen. Für die Fertigstellung des zweiten Strangs fehlen noch etwa 34 Meilen, was nach Schätzungen der russischen Regierung etwa zwei Monate dauern wird. Der US-Außenminister Antony Blinken hat am 19. Mai auf Sanktionen gegen die Erdgas-Pipeline 1902 verzichtet. Obwohl es vereinzelt noch Sanktionen auf involvierte Unternehmen gibt, steht der Fertigstellung der Pipeline nichts im Weg. Nur, dass die Ukrainer um ihr Leben fürchten müssen. Ihre Wirtschaft und Unabhängigkeit ist bedroht. Anfang Juni hat der Kreml-Chef Wladimir Putin das sogar zugegeben. Handelsblatt schrieb in Putin, Nutz 1902, zur Erziehung der Ukraine das folgende, Zitat, Die von der US-Regierung mit Sanktionen bekämpfte und von vielen EU-Staaten abgelehnte Ostsee-Pipeline sei ein rein ökonomisches Projekt. Alles andere sei dümmliche Propaganda. Das hat Kreml-Chef Wladimir Putin auf seinem St. Petersburger Wirtschaftsforum erneut unterstrichen. Dort gab er bekannt, dass 1902 binnen zwei Monate fertig werde. Als Argument für seine These führt Russlands Präsident an, dass die Leitung kürzer sei als der Transit russischen Erdgas durch die Ukraine und die Slowakei oder durch Weißrussland und Polen. Mit Nutzung 2 gäbe es keine Länderrisiko und keine Transitgebühren, so weit so bekannt. Doch dann folgten Putins verräterische Worte. Russland sei nicht verpflichtet, andere Länder durchzufüttern, sagte er. Und der Ukraine sei selbst schuld, dass sie nur 1,5 Milliarden statt 3 bis 4 Milliarden Dollar bekomme pro Jahr für den Transit russischen Erdgas nach Westeuropa. Wenn es normale Beziehungen zwischen Kiew und Moskau gäbe, würden wir mehr Gas durchleiten, schob Putin die Schuld für den Konflikt der ukrainischen Führung zu. Er stellt damit Nord Stream 2 in eine eindeutig politische Ecke. Während der Trump-Administration stand Nord Stream 2 und US-Sanktionen. Präsident Donald Trump unterzeichnet 2019 ein Gesetz, das Sanktionen gegen alle an dem Projekt beteiligten Organisationen vorsieht. Die Sanktionen von Präsident Trump stoppt in den kurz vor der Fertigstellung stehenden Bau der Pipeline. Beidens Aufhebung der Sanktionen bedeuten, dass der Bau fortgesetzt wird. Die Pipeline ist zu 95% fertiggestellt. Es wird also nicht lange dauern, bis sie einsatzbereit ist. Posauneredakteur Simon Zekic hat die folgenden Ereignisse für uns zusammengefasst. Nord Stream 2 ist umstritten, weil sie die Sicherheit Osteuropas untergräbt. Russland ist ein Hauptenergie-Lieferant für Europa. Aber die meisten seiner bestehenden Öl- und Gaspipelines führen durch die Ukraine, Polen, Lettland und andere Länder des ehemaligen Sowjetblocks. Russland anentierte die Krim 2014 von der Ukraine und unterstützt zur Zeit Rebellen in der Ostukraine. Die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten werden angesichts der russischen Invasionsabsichten nervös. Die Pipelines sind ihre Lebensadern. Fossile Brennstoffe sind eine der wichtigsten Exporte der russischen Wirtschaft. Laut World Exports machen mineralische Brennstoffe einschließlich Erdöl 42% der russischen Exporte aus. Die zweitgrößte Exportkategorie, Edelsteine und Edelmetalle, machen jediglich 9% der russischen Exporte aus. Wenn irgendetwas mit dem Öl- und Gasfluss nach Europa unterbrechen würde, würden Moskau's Geldeinnahmen stark zurückgehen. Dies hat den russischen Präsidenten Vladimir Putin davon abgehalten, in der Ukraine und anderswo extreme Maßnahmen zu ergreifen. 2005 bezeichnete Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Er ist sehr stolz auf das Erbe des Sowjetimperiums. Sein Hauptziel war es immer, Russland wieder in den Status einer Supermacht zu versetzen. Ein Hauptweg, um dies zu tun, besteht darin, Stück für Stück mehr Territorium der ehemaligen Sowjetunion zurückzugewinnen, wie er das 2008 mit Georgien und 2014 mit der Krim getan hat. Aber das sind kleine Errungenschaften. Um das Sowjetimperium wiederbeleben zu lassen, müssen größere Territorien folgen. Es ist Russlands Pipeline-Netz, das größtenteils verhindert hat, dass Putin dieses Ziel erreicht. Aber Nordstrom 2 hat das Potenzial, das Pipeline-Problem vollständig zu beseitigen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Erdgas-Pipeline, die unter der Ostsee von Russland nach Deutschland führt. Deutschland führt die neue Erdgas-Drehscheibe für Westeuropa. Diese Pipeline ermöglicht es Russland, Erdgas nach Westeuropa zu exportieren und dabei den Weg durch Osteuropa zu umgehen. Nordstrom 2 hat dann das Potenzial, ein Todesurteil für die Ukraine und Polen zu sein. Moskau könnte ihre Energieversorgung unterbrechen und Druck auf sie ausüben, sich den russischen Forderungen anzupassen. Im Fall der Ukraine könnte Putin sogar versuchen, einen formellen Angriff zu starten. Blinken sagt in seiner Bestätigungsanhörung vor dem US-Senate im Januar, er sei entschlossen, alles Machtbare zu tun, um die Fertigstellung der letzten 100 Meter von Nordstrom 2 zu verhindern. Er sagt in einem Interview mit Euronews am 25. März, dass Präsident Biden der Meinung ist, dass Nordstrom 2 eine schlechte Idee und ein schlechter Deal für Europa, für uns, für die Allianz ist. Das war im Januar, nun im Juni sieht alles anders aus. Warum also die plötzliche Kehrtwende? Einige sagen, dass wichtige Biden-Beamte behaupteten, dass der einzige Weg, das Projekt zu stoppen, darin besteht, die deutschen Stellen, die am Ende der Pipeline stehen, zu sanktionieren. Aber die USA wollen ihre Beziehung zu Deutschland wegen Nordstrom 2 nicht belasten. Washington gibt Berlin auf diese Weise grundsätzlich grünes Licht zum Weitermachen. Es ist leicht zu verstehen, warum Berlin, Deutschland, Synergie-Drehscheibe für Westeuropa machen will. Aber warum ist es bereit, dafür einen Deal mit dem Teufel einzugehen? Warum ist es bereit, die Sicherheit osteuropäischer Länder zu riskieren, von denen viele EU- und NATO-Mitgliedsstaaten sind? Und was ist mit den Vereinigten Staaten? Washington hat über Jahrzehnte durch den Marshall-Plan, die NATO und andere Programme Milliarden von Dollar nach Deutschland fließen lassen. Dies sollte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine bringen und es vor russischer Aggression schützen. Deutschland ist seit Jahrzehnten wieder selbstständig. Russland ist immer noch eine Bedrohung für Europa. Aber Deutschland macht trotzdem weiter mit diesem Deal, den Amerika, sein wichtigster Beschützer, als Sicherheitsbedrohung sieht. Es scheint, dass die Loyalität Berlins eher Vladimir Putin als die NATO-Partnern gilt. Sobald 1902 fertiggestellt ist, besteht für Russland nur ein geringes Risiko, die Gashähne nach Osteuropa zuzudrehen. Denn das Gas kann auch dann immer noch nach Westeuropa fließen. Aber Frankreich, die Niederlande, Österreich und andere Länder müssen dafür nach Deutschland gehen, um dieses Gas zu bekommen. Das gibt Deutschland ungefähr so viel Einfluss auf Westeuropa, wie Russland auf Osteuropa haben würde. Man könnte sagen, dass Deutschland und Russland Europa unter sich aufteilen. Und das wäre nicht das erste Mal. 1939 unterzeichneten Nazi-Deutschland und die Sowjetunion den berüchtigen Molotow-Schwibbentow-Pakt. Adolf Hitler und Josef Stalin eigten sich darauf, Länder wie Polen, Rumänien und die baltischen Staaten aufzuteilen. Dieser Pakt führte direkt zum Zweiten Weltkrieg. Viele hofften, dass das Europa des 21. Jahrhunderts ein anderes sein würde, als das Europa der Vergangenheit. Sie hofften, dass die Institution EU Europa in einen Kontinent der Zusammenarbeit, Integration und Achtung der nationalen Grenzen verwandeln würde. Nord Stream 2 bringt Europa im Grunde in das Jahr 1939 zurück. In ein Europa, in dem Deutschland und Russland das Sagen haben und alle anderen zuhören müssen. Man muss sich fragen, ob diese Molotow-Ribbentow-II-Pipeline ein Vorbote für eine weitere Krise in Europa ist. Doch das könnte niemals passieren, solange die NATO-Allianz stark ist. Oder? Oder? Posaunisch-Schriftvertakteur Gerard Flury schrieb dazu, Zitat, Als die NATO 1949 gegründet wurde, bestand ihr Hauptzweck darin, das entwaffnete Deutschland und andere europäische Länder vor der von Russland geführten Sowjetunion zu schützen. Um dies zu erreichen, hat der Vertrag eine kollektive Verteidigung für die Mitgliedstaaten eingeführt. Wenn ein Aggressor einen von ihnen angriffe, will der Krieg mit allen haben. Zitat Ende Herr Flury schrieb weiter in seinem Artikel Deutschlands und Russlands geheimer Krieg gegen Amerika, Zitat, Nordstrom II bindet Russland und Deutschland auf eine Weise zusammen, die die NATO untergräbt. In der Tat, obwohl Russland und Deutschland dies nicht sagen werden, zieht dieses Pipeline-Projekt eindeutig darauf ab, die NATO zu zerstören. Zitat Ende Finden Sie heraus, warum? In dem Sie Deutschland und Russlands geheimer Krieg gegen Amerika lesen. Diesen Artikel finden Sie auf unserer Webseite, dieposaune.de Mein Name ist Jose Mischels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der Sie leben. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020